Hallo zusammen, heute stelle ich euch mal wieder eine Neuheit aus dem Hause Wörmann vor, unseren Kabel-Abrolltransporter-Connector. Der Connector ist mit einem Gesamtgewicht von 2,7 bis 3,5 Tonnen erhältlich, bei einem Eigengewicht von 670 Kilogramm. Was der Connector im Detail kann, das zeige ich euch jetzt. Das Aufnehmen sowie Abrollen von Kabeln macht der Connector zum Kinderspiel. Dabei ist er auch von einer Person alleine bedienbar. Hier zu sehen ist der im Tauchbad feuerverzinkte sowie verwindungssteif geschweißte Fragestellrahmen und Aufnahmerahmen. Die einzelradgefederten 14 Zoll Reifen sind mit einem Kotflügel abgedeckt. Dieser ist komplett begehbar, somit kann man auch an der Seite der Kabeltrommel arbeiten. Außerdem verbaut ist eine massive Heckabstützung. Dadurch kann der Connector auch ohne Zugfahrzeug be- oder entladen werden. Auf dem massiven Deichseles-Connector ist serienmäßig eine Handseilwende verbaut. Optional gibt es hier auch eine Elektroseilwende oder einen Hydraulikzylinder. Des Weiteren haben wir ein Automatikstützrad sowie einen gusseisernen Zugkopf. Damit ihr euch das Ganze auch ein bisschen besser vorstellen könnt, zeige ich euch den Verladevorgang jetzt einmal im Schnelldurchlauf. Die Aufnahmestange für die Rolle ist hier mit einem Bolzen gesichert. Sicherungsspint entfernen, Bolzen entfernen, wieder sichern, ablegen. Das Verschlussmaul für die Transportstange ist mit einem Winkelverschluss zu öffnen. Somit ist die Stange jetzt frei. Außerdem ist die Stange auch auf zwei Kugellagern gelagert. Vorteil an der ganzen Konstruktion ist, auch im aufgekippten, beladenen Zustand, kann man hierüber die Stange freigeben und die gesamte Kabeltrommel könnte durch einen Kran herausgehoben werden. Nachdem die Kabelrolle jetzt mit den Arretürvorrichtungen auf der Stange fest verbunden ist und sie nicht mehr von links nach rechts rutschen kann, können wir die Kabelrolle in Richtung der Aufnahmestelle bewegen. Wie ihr sehen könnt, das Be- und Entladen des Konnektors ist doch für eine Person einfach machbar. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, schaut auf der Webseite vorbei oder ruft einfach durch. Unsere Verkaufsberater beraten euch gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus!